Manche behaupten, er habe den Beratergedanken in Europa überhaupt erst erfunden. Roland Berger, Unternehmensberater aus Deutschland und weltweit tätig. Nach 36 Jahren hat er sich in den Aufsichtsrat zurückgezogen, doch ganz aufhören kann er nicht. Was ist sein Favorite? Unterwegs in geheimer Mission, Roland Berger. In Berlin trifft er einen Kunden, wen verrät er nicht, aber was sein Favorite ist schon. Dieser Aktenkoffer, er ist seit über drei Jahren Bergers ständiger Begleiter. Ohne ihn fehlt ihm was, vor allem das, was drin ist. Roland Berger öffnet für uns sein Allerheiligstes und lässt tief blicken. Das Wesentliche in dem Koffer ist einmal Arbeitsgerät vom Diktiergerät über den Blackberry und die üblichen elektronischen Dinge bis zum zweiten oder dritten Handy. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kundenakten, die natürlich geheim sind. Außerdem ist dieser Koffer besonders leicht, weil er aus Carbon ist. Und ich hätte ihn lieber einfarbig gehabt, aber es sieht so, finde ich, auch nicht schlecht aus. Damit auf seinen Geschäftsreisen auch jeder weiß, mit wem er es zu tun hat, hat Berger vorgesorgt. Meine Ansteckkarten, die mich an das eine oder andere erinnern, aber die ich auch wieder brauchen kann, denn wenn ich irgendwo auftrete und kriege keine, dann habe ich halt meine eigene dabei. Und dann brauche ich nicht lange warten, bis man mich sozusagen identifizierbar macht. Das sind meine ganzen Kreditkarten und die diversen HON-Karten der diversen Airlines, die man so hat. Und ja, die Stifte, die verwirren besonders immer die Sicherheitskontrollen am Flughafen. Ich sage immer, es ist der Kugelschreibervertreter, dann habe ich kein Problem mehr. Und warum verwirren die? Ja, weil sie natürlich in der Elektronik etwas eigenartig rauskommen. Man weiß ja nicht genau, was da drin ist. Könnte ja auch was Explosives sein. Wo waren Sie denn schon überall mit dem Koffer? Also eigentlich überall auf der Welt, außer in Australien. Ich fliege ja ungefähr zwölfmal im Jahr mindestens nach USA, viermal nach Japan, dreimal nach China, zweimal nach Südamerika. Mir ist es auch nur einmal passiert, dass ich den Koffer irgendwo abstehen lasse, nämlich in der Fast-Glass-Lounge in Nuwag. Aber Gott sei Dank war da ein netter Bekannter, der mir den gleich nachgebracht hat da. Ja, so, noch was? Berger eilt zum Kunden. Welcher millionenschwere Auftrag auch wartet, im Grunde kann nichts schief gehen. Der Berater hat das Wichtigste dabei, sein Favorite.